Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. In der letzten Folge haben wir den Juwelierraub abgeschlossen und sind jetzt bei Trevor Phillips und wollen uns jetzt mit ein paar Bikern anlegen. Aha. Oh. Clever to disrespect women. Nee, geht nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da stimme ich zu. Zumindest eine, sollte man haben, ja. Oder kann man, also kann man haben, also muss man nicht, aber kann man haben. Hallöchen. Jungs. Oh. 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 Und der nur sentienten Partie auf der Left ist das bisschen brainer und der Gristle auf dem Ende meiner Boote? Well, danke Ihnen sehr, Cowboy! Bullshit! Oh, ich liebe es! Denial! Das ist das erste Teil des Grieven-Processes, brothers. Jetzt wir uns alle aufhören, huh? Oh, Looks like you got something you wanna say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Uh, okay. Okay, alright. We follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region, so we're good. So, that's what we have done. So, that's what we have done. Now we follow the van back. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah! Trevor. You're not really. You're not really. You're really. You're really. How nice, Trevor. What's up, man? That's a sharp left. Uh, I can't see us taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. Uh, yeah. Also, a secure partner, Trevor. Also, a secure partner, Trevor. Also, a secure partner, Trevor. So. Das wollte ich sagen. Nein, danke. Steh nicht so auf Sprünge. Nur auf Seitensprünge. Aber ich glaub' keine Frau, also von daher... ...und, äh, Sprünge auf's Kopf, natürlich. Das haben wir grad gesehen, dass Trevor drauf steht. Mein Gott. Ihr habt aber auch einen langen Weg vor euch. I- Come on. Come on. I gotta see. Turn back your blind. Oh, look, look. They're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Hold the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Yeah? Dann lass uns mal loslegen. Oh Gott! Was? Nein! Wir hatten gerade so viel Spaß. Was? 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 No! So! So! Oh, noch eine andere Gruppierung. Okay. So, dann mal die Aztekas gegen uns bringen. Dann hat er ja sonst nichts zu tun. So. 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 Ja, um, ja. Uh, yeah? Uh, yeah? Ja, wirklich eine, wirklich Schande und so. Ah, das ist schon das Unterschlupf, du kannst Fahrzeuge sprechen, indem du den Garage parkst, du kannst dein Fahrzeug in jeder Backstelle des Handricks Customs modifizieren lassen, du kannst ein Spielsprecher, indem du im Bad schlägst und die Kleinen umwechseln, indem du zum Kleiderschrank gehst. Geh im Wohnwagen herum, um herauszufinden, was du hier alles tun kannst. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Danke für dieses exquisierte Erlebnis, Trevor. Bier, 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 und das war's. Okay. Um... Sprech! Du weißt, dass ich diese Dinge nicht benutze. Sie hören. Dann mach es schnell. Das Geschäft hat sich entwickelt. Der chinesische Typ, Herr Chang, ist am Ende. Oh, okay. Da haben wir ja schon eine Aufgabe mit Shrubber. Anzug hat er wahrscheinlich nicht. Mal was Schönes anziehen. Blutversichten, Kleider mal wegtun. Äh... Okay, ja, gut. Dann, ähm... Gehen wir mal zu diesem Mr. Chang. Oder zu dem Friend and Freaks. Äh, Mr. Chang. Mach mir das zuerst. Und dann mal schauen. Ja. 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 Nein. Paar ist zwar. Ich freue diese Fahrt sehr stark. Äh, ich bin... Äh, ihr seid sowieso schon da. Ich danke mich für's Wursehen. So gut, tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ich danke dir, Fünf.